Das ist übelgeil. Oh, wow. Cool. Guck mal, wie es aussieht. Boah, Junge. Alter, wie geil. Es geht schon los? Wir müssen das Objektiv oben und ich bin hier unten. Warum sind sie so catchy schon wieder? Warum gibt es Bombe unten? Es gibt alles in einem. Oh, was ist das denn? Ich verstehe den Maut. Ich bin auch mega verwirrt gerade. Ich bin mega verwirrt. Oh, no. Ich dachte, du warst ein Gegner. Oh, ich habe eine Idee. Warte, warte, warte. Hä? Hä? Was ist das denn? Hä? Ach, du kannst von Cam zu Cam. Oh mein Gott. Alter, ich habe die fast aus... On Plane, Digga. Maren hat mich ja... Alter, was war das denn? Jesus. Alter, ja. Das hätte nice sein können. Ich muss das Jesuskreuz gleich rausholen. Mir wird das hier viel zu sketchy. Hab ich ihn jetzt zerstört? Hä? Ich mache einfach den hier. Ich kann ihn nicht... Hier ist irgendwo einer. Ich wüsste, hier ist irgendwo einer. Wow! Warte. Warte. Ich wüsste, wenn er rauskommt, geht denn die Schleuzlemmung. Das ist unser Störber, Digga. Es ist drin! Ohihihi, ohihihi. Hihihi ohihihi, 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 ohihihi. Ich bin so verwirrt. Ich bin sooo verwirrt. Der Weinstück weggefetzt wurde! Oh oh çocukld. Also, ich finde es ein bisschen anstrengend, so noch irgendwie darauf klar zu kommen, wie das funktioniert. Ja. Guck mal, das ist voll verwacht, glaube ich. Ah, jetzt nicht. Jetzt geht's. Das ist ein Ding bei uns. Warte, kann der die? Okay, dann schießt es einfach ab. Junge. Alter. Der Aim-Bot-Typ in dem Gegner-Team, ey. Nice. Oh, oh, hier sind zwei Drohnen. Hier sind ein im Teil. Boah. Er guckt! Er guckt auf das Ding! Es ist ultra-trailed! Da komm, YOLO! Alter, er hat ihn. Nice. Ja, ist doch normal. Contested! No! Was? Hä, du stehst hinter mir, Digga, und... Das ist ein Maul, als ob das passiert. Viele Camps, irgendwie. Du bist doch schnell genug in die Camp gegangen. Bitch, warum zuhören alle so? Ich bin einfach zu schlecht, Leute. Ich bin einfach zu schlecht, Leute. Das war... Das war weird, Alter, ohne Scheiß. Junge, wie kann man... Ach, so schwitzt er in diesem Fun-Mode, man. Junge, ich wollte ihn umrennen. Einer ist vor mir gespawnt! Einer ist vor mir gespawnt! Renate, killt ihn! Ich hab ihn gedauert! Gut, links Camp-Testing, gleiche Camp. Oh ja. Nein, hämmern den gleich. Ja! Ja! Aua! Schön! Oh, zwei hier in der Ecke. Oh mein Gott, zwei Camps. Oh mein Gott, okay. Dachte ich mir, gehst du mal einfach das gleiche machen, oder? Das wird's gut. Ich mach jetzt erstmal mein Pack auf. Wir machen jetzt erstmal kein Pack auf. Hey, einer ist ein A-Jus. Wo ist der? Warte, 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 warte. Wenn Jus tot ist... Er ist ein Camp in der Ecke! Er liegt unter dem Fenster! Ah, Mann! Ich will einmal einen sehen! Ich will den Tachankern! Ohohoho! Er ist so müde! Ich bin so ein Idiot, Digga! Julian sagt gar nichts mehr! Das ist dumm! Ich hab nur ne Hand gesehen! Nur ne Hand gesehen! Okay, let's go! Let's go! Er ist in the Camp! Er ist in the Camp, Julian! Ja, wenn er rauskommt, ich bock mich doch! Einfach zieh ihn hinter mir! Ey, man kann ihn nicht kaputt machen! Lutschi! Er geht hier raus! Julian, ich schwöre, er kommt hier raus! Er kommt hier raus, Digga! Ich geh da! Warte, ich hab ihn gescannt! Warte, ich den nicht! Den, den, den! Den, den! Den! Loll, was?! Es geht kaputt! Oh, lol! Oh, die Shit! Ist das verwirrend! Es geht kaputt! Ei, ei, ei! Der ist in der Sekunde rausgekommen, ey! Go, go, Maveri! Go, put the Maveri! Ey, da ist keiner! Alters, Smoke, wo wir denn da rein? Ist auch ne cooles Welt, oder? Go, put the Maveri! Nein! Nein, das Timing! Alts Maul, er ist einfach besser! Wie geht denn meine Drohne kaputt? Ich schieße heute noch Mails ab! Hä? Ach, Junge, ich bin so dumm! Da kam der zweimal durch! Scheiße! Das ist so verwirrend! Das ist so kompliziert! Ich hab ihn... Bam, 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 ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Hahaha! Was ist denn wieder für ne Scheiße? Soll ich vorrennen? Ei, ei, ei! Und schnell raus hier! Wieder nach oben! Er ist bei Marvin! Ey! Irgendwo! Regiert! Ich hab den auch gehört! Für den Erkennbar! Komm, spawn! Ich seh dich nicht! Ich seh die Drohne! Komm schon, spawn! Komm! Renn ihn um! Wenn du eierst! Ja, ich versuch's! Lockt er mich jetzt zu seinem echten Ich, oder was macht der? Das echte Ich gibt's nicht! Also, nur wenn er... Wenn du den Kernkopf machst! Hast du ne Drohne? Nein! Ich bin grad vorbei! Hahaha! Natürlich ist es ne Ash, Junge! Okay, nice! Ich hab voll gefehlt! Haha! Ja, same! Das ist doch einer, doch einer! Ich hab mir ne Ash, die macht mein Turret kaputt, oder so! Ah! Nein! Der ist runterspring! Äh, ja! Hahaha! What? Ey, das ist der Cam-Use! Cam, 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 Cam! Bitch! Bist du, wie du denkst! Haha, nice! Denkst du, wie du bist? Ich spawn in der Gu, okay? Ja, ja, ja! Was ist mit Janus eigentlich? Boah! Ja, ja! Ich glaub, dein Hans ist ja, Bro! Mit freien Fingern oder so! Mit Wesen! Ich frag ihn mal, wer kommt's! Uff! Geh die Cam, geh die Cam! Nein! Ich hatte immer noch die Gu im Fuß! Äh, geht die wohl weg, wenn du in die Cam gehst? Warum ist das andere, normale Pack einfach links da? Oh, nice! Genau das wollte ich, für Vigil! Mega nice! Hatte dieses statische Rauschen statt, aber irgendwie voll! Okay, Ying Outfit auch! Wie gesagt, die Outfits wollte ich eigentlich gar nicht! Jawoll! Vigil Headgear! So, eigentlich hab ich alles, was ich möchte! Beziehungsweise, der universelle Skin wär halt noch echt sick! Ja, aber sonst bin ich mega zufrieden! Wie dann ist? Okay! Nicht schlecht! Der geht eigentlich klar! Was lässt es blau? Schade! Okay! Der Chibi! Aber ich hab die Sachen bekommen, die ich wollte! Oh, ich hab noch einen! Ich hab mich verzählt! Oh Gott! Und ein Mirror! Mirror fand ich auch! Nice! Oh! Kannst du das spawnen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice! What the fuck! Hä? Ever missed it! Was machst du da oben? Lass mich doch! Lock! Oh mein Gott! What the fuck! Der kann man aus Borda! Aber versuch mal nach unten, Julian! What the fuck! Kann man hier runter? Der kann man hier runter? Okay! Wo bin ich? Hä? Wo wo ich bin? Alter, wir nehmen ne Finca mit nächstes Mal! Lol! Wir müssen unbedingt ne Finca mitnehmen! Oh mein Gott! Komm runter Julian! Spawn da und geh dann aufs Geländer und mach dann biebrede barbrede! Komm mit der Camp! Loll! Was? Was ist das denn? Guck mal Dima! Loll! Wer ist er denn? Hä? Was ist das denn? Hacker! Kannst du noch drohen? Ja! Oh loll! Geh mal rein! Geh mal rein! Nein! Nein! Das ist mit bei mir! Geh mal hin! Habt ihr die Autos gesehen? Boah! Oh fuck! Ich komm hier nicht mehr raus jetzt ne? Nein! Oh doch! 2D! Julian mach mal in die Mitte da! Ich hab keine Waffe mehr da! Oh man! Okay, dazu müssen die fixen ey! Bist wieder oben! Ne! Ich hab keine Waffe mehr! Jetzt bist du, hast du Gottmaut! Komm, geh einfach rein! Hä? Unsichtbar! Hä? Geh rein! Geh rein! Geh rein! Mach nix! Also nicht schießen und so! Schnell, 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 schnell! Noch 30 Sekunden! Guck mal ob die dich sehen! 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 Rechts, rechts, rechts! Oh mein Gott! Scheiße, Digga! Scheiße! Oh mein Gott! Junge! Oh mein Gott! Hämmer den weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Julian will den schliessen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Ja, war doch ganz normal, oder nicht? Ist doch nichts passiert! Alter, Julian, wie hast du das gemacht, Digga? Digga, die Scheiße klingt doch an dir! Weißt du, was das ist? Das sind einfach alle Erfahrungen, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, die sind da gerade eingefroren! Eieieiei!